Die Vorweihnachtszeit ist für die Stadtbäckerei Hake eine ganz besondere Zeit im Jahr. Die Dekoration in den Filialen und Schaufenstern wird festlich. Stollen und Spritzgebäck werden immer beliebter. Sehr begehrt ist der Champagnerstollen, den Bäckermeister Peter Hake und sein Team in limitierter Auflage backen. Anfragen aus ganz Europa erreichen die Backstube im Hammersüden für dieses Edelprodukt. Wer es einfacher mag, der darf sich beim Knusperhäuschen bedienen. Das liebevoll mit vielen Kleinigkeiten bis ins letzte Detail verziert wird. Neben den süßen Weihnachtsleckereien hat der Bäcker für Brotfreunde passend zur Jahreszeit ein eigenes Adventsbrot im Angebot. Dieses Brot rundet die vielfältige Palette an Weihnachtsspezialitäten ab, die es bei Hake gibt.